Der MediClean-Podcast. Das Thema heute Reha-Antrag bei Berufsgenossenschaften und privaten Krankenversicherungen. Das ist sehr unterschiedlich, was private Krankenversicherer zahlen. Manche zahlen eine Reha, manche gar nicht. Das müssen Sie wissen. Hallo und herzlich willkommen beim MediClean-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Olaf Brinkmann. Vielleicht haben Sie ja schon auf die heutige Folge gewartet, zum Beispiel, weil Sie in der privaten Krankenversicherung sind und wissen wollen, wie es dann mit dem Reha-Antrag läuft. Genau darum geht es heute. Wir schauen uns die etwas selteneren Fälle an, nachdem wir beim letzten Mal geguckt haben, was Sie ganz allgemein beim Reha-Antrag beachten müssen. Mein Gast heute ist Sandra Thewes. Sie leitet den Sozialdienst in der MediClean-Hedon-Klinik in Lingen. Ich sage jetzt erstmal Hallo Frau Thewes. Schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Brinkmann. Frau Thewes, der Sozialdienst in Kliniken unterstützt Patienten unter anderem beim Beantragen einer Reha. Für viele ist der Kostenträger die Deutsche Rentenversicherung oder die gesetzliche Krankenkasse. Aber was ist, wenn ich eine private Krankenversicherung habe? Zahlt die meine Reha auch? Wenn Sie eine private Krankenversicherung haben, liegt das an den Verträgen, die Sie mit dieser geschlossen haben. Das ist sehr unterschiedlich, was private Krankenversicherer zahlen. Manche zahlen eine Reha, manche gar nicht und andere nur ein Teil davon. Was muss ich denn beachten beim Beantragen der Reha, wenn ich in der privaten Krankenversicherung bin? Das läuft in der Regel ähnlich ab wie bei einer gesetzlichen Versicherung. Da gibt es Anträge über die private Krankenversicherung, die man anfordert, die man ausfüllt und dann wieder einreicht, um zu gucken, ob die diesen stattgeben. Und wenn Sie das nicht tun, was mache ich dann? Dann kann man in Widerspruch gehen, ganz formlos und gucken, ob das dann funktioniert. Wo gibt es denn Unterschiede zu anderen Kostenträgern? Also der größte Unterschied ist natürlich, dass ich in der gesetzlichen Krankenversicherung beziehungsweise in der Rentenversicherung natürlich einen gewissen Anspruch habe, eine Reha zu bekommen. Und die habe ich in der privaten Krankenversicherung nun mal leider nicht. Jetzt bietet die private Krankenversicherung ja allerlei Vorteile. Das klingt jetzt eher nach einem Nachteil. Aber gibt es da auch private Krankenversicherungen, wo ich dann in der Reha auch Vorteile habe, das komfortablere oder größere Zimmer? Ja, also da ist natürlich der Vorteil, wenn ich in der privaten Krankenversicherung eben mit Einzelbett versichert bin oder auch mit Chefarzt versichert bin, kann ich das in der Reha auch dazu buchen. Ansonsten muss die private Krankenversicherung eben nicht alle Leistungen übernehmen, die in einer Reha durchgeführt werden. Und die Anschlussheilbehandlung, wie man sie oft auch nennt, wenn es direkt nach dem Krankenhaus in die Reha geht, ist oft in diesen Verträgen nicht enthalten. Und somit wird das dann gar nicht bezahlt. Das heißt, kein Vorteil in der privaten Krankenversicherung? Nicht zwingend. Was kann ich dann tun? Gibt es Zusatzversicherungen, die ich abschließen kann, woran ich vielleicht für meine Zukunft auch denken sollte, wenn ich irgendwann mal in eine Reha gehen will oder muss? Man sollte direkt bei Abschluss der privaten Krankenversicherung darauf achten, dass eben diese Anschlussheilbehandlungen oder Heilverfahren für eine Reha mit abgedeckt sind. Was leider viele Menschen nicht wissen, wenn die eine private Krankenversicherung abschließen, weil man dafür schon ziemlich tiefgründiges Wissen braucht. Darauf sollte man achten. Eine Zusatzversicherung zur privaten Krankenversicherung, um eine Reha abzudecken, gibt es nicht. Man kann dann natürlich die Reha als Selbstzahler zahlen. Was heißt das? Welche Kosten wären das? Das bedeutet zum Beispiel, dass man im Vorfeld in der entsprechenden Reha-Klinik anruft, sich die Kosten für alles dann nennen lässt. Dann kann man auch seine eigenen Therapien buchen, die man benötigt und auch in Absprache mit den Ärzten selbstverständlich, was sinnvoll ist. Und dann wird einem gesagt, was das dann kostet. Das ist individuell und von Reha-Klinik zu Reha-Klinik unterschiedlich. Und dann kann man dann einen Termin X mit denen bestimmen und anreisen und dann muss man das selber bezahlen. In den meisten Reha-Kliniken muss man diesen Preis dann vorab buchen und zahlen, wie im Urlaub. Frau Thewes, viele Menschen sind ja auch über die Berufsgenossenschaften versichert, sodass sie bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten abgesichert sind. Da ist das Schlagwort in Sachen Reha die BGSW. Das steht für berufsgenossenschaftliche stationäre Weiterbehandlung. Sperriger Begriff. Was ist das? Was heißt das? Die BGSW ist eben die Reha-Maßnahme über die Berufsgenossenschaften. Dafür muss ich einen Arbeits- oder Wegeunfall gehabt haben. Diese Sachen sind klar definiert bei allen gesetzlichen Unfallkassen, was dazu zählt. Oder ich muss eben eine anerkannte Berufskrankheit haben. Dann brauche ich einen Attest vom Durchgangsarzt und die beantragen dann eine sogenannte BGSW-Maßnahme. Kann jede Klinik Menschen aufnehmen, die über die Berufsgenossenschaft kommen oder gibt es da bestimmte Voraussetzungen? Nein, das kann nicht jede Klinik. Wenn man eine Reha über die Berufsgenossenschaft machen darf, also eine Kostenzusage bekommt, entscheidet in aller Regel auch die zuständige Berufsgenossenschaft, in welche Klinik es geht. Die haben Vertragskliniken, weil bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Es ist aber schon so, dass die meistens mehrere Kliniken dann haben und unter diesen darf man dann schon auch mal eine auswählen. Das heißt, ich habe auch hier ein Wunsch- und Wahlrecht oder ist das nochmal was anderes? Das ist nochmal was anderes. Bei der Berufsgenossenschaft kann ich mich dann informieren, welche Klinik eben in Frage kommen. Zum Beispiel jetzt hier in Lingen wir und dann weiß ich gar nicht, welche hier jetzt noch so ist. Aber wenn hier dann noch eine ist, dann könnte ich eben zwischen diesen beiden auswählen, was in Ballungsgebieten natürlich häufig vorkommt. Jetzt mal ein anderes Szenario. Deutsche, die im Ausland leben und arbeiten, haben die auch ein Anrecht auf eine Reha in Deutschland? Ja, in der Regel schon, wenn diese hier auch irgendwie versichert sind. Also wenn Deutsche im Ausland leben, da kommt es immer darauf an, haben die hier noch einen Wohnsitz oder sind die komplett ausgewandert? Wenn man komplett auswandert, dann bricht man ja meistens auch alles ab und dann wird es schwierig. Und wie sieht es mit ausländischen Patienten aus? Können die in Deutschland eine Reha machen? Das ist auch schwierig. Im besten Fall ist es so, dass man premium auslandskrankenversichert ist. Dann übernimmt diese Auslandskrankenversicherung in Deutschland die Kosten. Oder man gilt als Selbstzahler und man kann sich das dann von seiner heimischen Krankenkasse zurückerstatten lassen. Das würde ich aber im Vorfeld klären, ob die das dann auch tatsächlich machen. Das machen viele Niederländer zum Beispiel, die hier bei uns eine Reha machen. Ansonsten gibt es eben den Spezialfall für die Akutversorgung. Hier jetzt bei uns zum Beispiel, wenn die eine neurologische Frühreha-Phase B machen, was ja noch als Akutbehandlung gilt, da greift die Notfallversorgung. Also das wird in Deutschland dann über das Notfallauslandsabkommen abgedeckt. Aber die anschließende Reha-Behandlung wird dann nicht mehr abgedeckt. Da werden die Patienten entlassen. Aber ich habe Sie vorhin richtig verstanden. Ich kann grundsätzlich als Selbstzahler jederzeit eine Reha starten oder gibt es auch da Ausnahmen? Nein, das können Sie jederzeit. Sofern Sie das nötige Kleingeld haben und die nötige Zeit, dürfen Sie das jederzeit machen. Auch unabhängig von meinem Wohnort oder Arbeitsort? Ja. Weiß ich denn vorher genau, was mich das kosten wird oder können dann während der Reha Kosten kommen, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe? Wenn Sie während der Reha nichts dazu buchen, dann ist das genau das, was Sie vorher dann eben mit der jeweiligen Klinik verhandelt haben. Und wie ist das, wenn jetzt der Partner oder das Kind mitkommen will oder mitkommen soll? Ist das auch was fürs eigene Portemonnaie oder sind das Kosten, die vom Kostenträger übernommen werden? Wenn das abgedeckt ist in der privaten Krankenversicherung, wird das übernommen. Das kann man einen Antrag stellen auf Mitaufnahme einer Begleitperson aus medizinischen Gründen zum Beispiel. Sowas passiert häufig in der Neurologie, wenn die Patienten noch leicht verwirrt sind. Bei den Berufsgenossenschaften läuft das ähnlich. Da kann man auch Anträge stellen und sofern das sinnvoll ist und die das auch für sinnvoll erachten, genehmigen die das und zahlen diese Begleitperson. Und ansonsten kann man das auch als Selbstzahler finanzieren. Das kostet dann so zwischen 56 und ich glaube irgendwo 69 Euro am Tag. Frau Thewes, wir sind am Ende. Vielen, vielen lieben Dank für all Ihre spannenden Antworten. Ich freue mich, dass wir so viel erfahren haben. Danke auch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen wollen, wie Sie Ihren Hausarzt beim Reha-Antrag unterstützen können, dann schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. In der Zwischenzeit teilen Sie unseren Podcast doch bitte. Schicken Sie einen Link an Ihre Freunde, Ihre Familie oder die Kollegen. Wir freuen uns, wenn viele Menschen einschalten und mehr über die Reha erfahren. Denn jeder von uns kann in die Situation kommen, dass er diese Hilfe braucht. Abonnieren Sie unseren Podcast bitte auch, dann bekommen Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone, wenn eine neue Folge da ist. Jetzt sage ich danke fürs Zuhören. Haben Sie eine gute Zeit. Ihr Olaf Brinkmann.